...der Kritik ja zum Teil der Verachtung der Fachkollegen ausgesetzt hat. Sie haben ja Ihren wissenschaftlichen Ruf aufs Spiel gesetzt. Sie werden große Mühe haben, das zu rehabilitieren in späteren Büchern. Es wird Ihnen gelingen, weil Sie ja ein intelligenter Mensch sind. Nein! Wissen Sie, ich mag den Mann ja. Ich finde den Mann sympathisch und ich finde, er sollte den Mund nicht so vollnehmen, wenn er nämlich die Fallstudien, die er sich vorgenommen hat, sauber weiterführen würde, kämen wir weiter in den zentralen Punkt. Jetzt wollen wir Erich Mende, der einiges sich vorgenommen hat und aufgeschrieben hat, das Wort geben und dann bitte, Herr Gold. Als ich Soldat wurde, gab es 1936 keinen Antisemitismus in der Wehrmacht. Es gab keinen Stürmer, es gab keinen Unterricht über den Rassismus. Sind Sie da ganz sicher? In meinen Garnisonen, die ich erlebt habe, Leivitz und in Schlesien, nein. Dann kam allerdings die Erfolge, insbesondere 1938 und da begann ein Taumel nationalistischer Übersteigerung und der verdeckte zum Teil das, was im Hintergrund sich entwickelte gegen die Juden. Also so einfach ist das nicht darzustellen, dass man sagte, das deutsche Volk hätte es wissen müssen. Und was dann kam, es gab in der Wehrmacht 18 Millionen Soldaten. Davon waren etwa 6 Millionen im Krieg eingesetzt, zwischen dem Polarkreis und Afrika, zwischen dem Atlantik und der Wolk. Diese 6 Millionen waren vollkommen mit dem Überlebenskampf ihres eigenen Lebens beschäftigt und hatten keine Möglichkeit, sich weitere Gedanken zu machen. Ich kann als Infanterist im Russland-Feldzug beurteilen, was der Soldat für Sorgen hatte und wie er vor allem vor Moskau, wie Napoleon damals sitzen gelassen wurde. Das haben wir ja nicht entschieden. Das haben wir ja nicht entschieden, wir Soldaten. Und dann kam 1942 der große Rückschlag und da kam eine völlige Verunsicherung. Also wir Soldaten waren engagiert und von den 6 Millionen kommen noch 6 Millionen dazu, die in den verschiedenen anderen Bereichen der Wehrmacht engagiert waren. Also 12 Millionen von uns deutschen Staatsbürgern waren mit dem eigenen Überleben, Überstehen dieser schrecklichen Zeit befasst. Und daher konnte von uns aus keine Politik erwartet werden. Schlimm genug, dass der 20. Juli einige Jahre zu spät kam. Schlimm genug. Aber ich glaube, es ist falsch, jetzt so zu tun, als wenn das Ganze von heute auf morgen gekommen wäre. Nein, es kam leider in Etappen und das Ausland hat einen nennenswerten Widerstand bis zum Münchner Abkommen nicht geleistet. Kein Botschafter ist 1935 abgezogen worden, als die Rassengesetzgebung kam. Also man kann das so einfach nicht heute umwälzen auf unsere Generation und insbesondere nicht auf die, die als Soldaten gar keine andere Wahl hatten, als entweder zu fallen als Soldaten oder vom Kriegsgericht erschossen zu werden. Das ist das Schicksal des Soldaten. Und diesem Schicksal waren mindestens 12 Millionen meiner Kameraden der deutschen Wehrmacht mit eingeschlossen. Das war das Plädoyer. Erst der Goldtagen, weil Erich angesprochen war. Aber ganz kurz. Ja, ganz kurz. Herr Mende, von den vielen Gesetzen, die Sie erwähnt, hätten Sie vielleicht auch das Reichswehrgesetz erwähnen können, das jüdische Offiziere und jüdische Mannschaften aus der Armee ausgeschlossen hat. Und keiner der Generäle ist zurückgeblieben. Was Sie erzeugen, eine These, dass die Wehrmacht mit diesen Holocaust-Dingen nichts zu tun hat und mit dem Völkermord, ist natürlich in der jüngeren Forschung so eklatant widerlegt, dass Sie schon erklären müssten, warum, da das nicht alle Einheiten betreffen kann, Sie unter spezifischen Bedingungen davon nicht viel wahrgenommen haben. Das gibt es durchaus. Aber Ihre Schlussfolgerung, dass die Armee nicht vollständig verstrickt war, sowohl in den Holocaust wie in die Liquidationsmaßnahmen gegen die slawische Bevölkerung. Und eins ist klar, die drei Millionen sowjetische Kriegsgefangenen in deutscher Hand sind verhungert, weil die OKW dafür verantwortlich war und nicht die Partei und nicht die SS. So einfach können wir diese Probleme nicht lösen. So ist Herr Momsen. Herr Goldtagen, Sie sind angesprochen worden. Bitte Ihre Antwort. Ich würde gerne dem etwas hinzufügen, was Professor Momsen sagte und dem ich vollumfänglich zustimme. Ich möchte deutlich machen, es wurde so intensiv geforscht über die Wehrmacht. Viele von Ihnen wissen das. In den letzten Jahren gab es eine Ausstellung, die durch ganz Deutschland gereicht wurde. Es kam ein Buch heraus über die Wehrmacht. Und das zeigt, wie tief involviert sie war in der Tötung der Juden und vielen anderen Verbrechen dieses Regimes. Das war eine der Legenden in Deutschland nach dem Krieg, dass nur die SS es gewesen sei, nicht die Wehrmacht. Und das muss man revidieren und das passiert gerade. Die Wissenschaft leistet das seit einigen Jahren. Natürlich muss ich Herrn Barings Kommentare beantworten. Ich will mich dabei einschränken auf Ihre sachlichen Bemerkungen. Die Frage, ob verschiedene Formen des Antisemitismus in anderen Ländern mit dem in Deutschland verglichen werden müssen, um überhaupt eine Erklärung zu finden für die Rolle des Antisemitismus im Holocaust, kommen wir zu dieser Frage. Und sagen wir, der Antisemitismus sei derselbe gewesen, wie in Frankreich, in der Ukraine, oder vielleicht noch schlimmer dort, oder noch extensiver und virulenter. Das wird an der deutschen Geschichte kein Jota ändern. Zwei Faktoren mussten zusammenkommen, damit es zum Holocaust kommen konnte. Und Professor Monsen und ich stimmen einigermaßen überein in dieser Frage. Es musste einen breit gestützten Antisemitismus geben in Deutschland, aber auch ein Nazi-Regime. Auch hier stimme ich, Professor Hildebrandt, Generali dazu, nicht in jedem einzelnen Punkt. Es musste ein Regime geben, das die Mobilisierung der Menschen leistete, das Programm einleitete, die Institutionen zum Töten schuf. Nicht einverstanden bin ich mit ihrer umfassenden Charakterisierung als totalitäristisch. Darauf komme ich noch zu sprechen. Nirgendwo sonst in Europa gab es ein Nazi-Regime, das diese mörderischen Fantasien zur Staatspolitik erheben konnte. Weil dies nirgendwo anders geschah, ist es auch zum Zwecke der Analyse nicht relevant, wie virulent dort der Antisemitismus war. Denn der Hass, ob in Deutschland oder in anderen Ländern, der Hass führt nie zu dieser systematischen, nachhaltigen Massenabschlechterei, wenn ein Regime das nicht mobilisiert. Deswegen ist diese vergleichende Analyse einfach nicht erforderlich. Noch ganz kurz zur Frage des Totalitarismus. Nicht einverstanden bin ich damit, dass es keine Freiheit in der Gesellschaft gegeben habe. Je mehr wir lernen über das soziale Leben in der Gesellschaft, desto mehr erkennen wir, es hat ein Maß an Freiheit gegeben. Nur wichtiger noch ist, dass hier immer wieder in Deutschland deutlich gemacht wurde, man akzeptiert nicht alles vom Regime, man protestiert, man ist gegen viele Dinge. Und da stellt sich die Frage, warum war man gegen so viele politische Aspekte des Regimes, aber nicht gegen die Verfolgung der Juden. Man konnte sich gegen politische Aspekte richten, damit auch politische Meinung demonstrieren, manifestieren, ausdrücken, aber nicht gegen die Verfolgung der Juden in den 30er Jahren, die jeder offen sehen konnte. Ich habe ja manchmal den Eindruck, dass Sie von der Art des Regimes, gerade weil es sehr populär war, eine falsche Vorstellung haben. Wenn Sie zum Beispiel die Reichskristallnacht, die Reichspogromnacht als eine Art Volksfest schildern, habe ich den Eindruck, haben Sie keine Ahnung, wie die Stimmung im Lande war und wie die Verhältnisse waren. Und das habe ich auch für die späteren Jahre nicht. In dem berühmten Briefwechsel zwischen Martin Broschardt und Saul Friedländer hat ja Broschardt, die, wie ich finde, sehr kühne These aufgestellt, weil man damit sich gleich unbeliebt machen kann, das Überleben, das Schicksal der Juden, sei nicht die zentrale Aufmerksamkeit der meisten Landsleute gewesen. Mende hat darauf hingewiesen, dass die Soldaten um ihr eigenes Leben sorgen mussten. Und das ist ja wohl das, was man von Soldatenschicksalen im Allgemeinen vermuten kann. Aber es galt ja auch für die Heimat. Es galt ja auch für die bombardierten Städte, für die Frauen und Kinder. Also in der Suche um das eigene Überleben war das, was mit den Juden geschah, nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit. Ich weiß sehr wohl, und wir alle wissen, dass, wenn wir heute auf das Regime zurückblicken, die Vernichtung der Juden das schlechte Charakteristische des Regimes ist. Alles andere, was das Regime getan hat, verschwindet hinter diesen Gräueltaten. Aber für die damalige Sicht und für das damalige Wissen und wissen können und wissen müssen, gibt das ein falsches Indiz. Ich glaube, das muss man aus der historischen Wahrheit sagen. Herr Giordano und Herr Mompen. Aber bitte kurz.